Hallo, ich bin Carsten in Schneitzelreuth. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns heute gerne ein Stück begleiten. Ich bin Carsten in Schneider. Ich bin Carsten in Schneider. Ich bin Carsten in Schneider Land gefahren. Diesmal Richtung Schneitzelreuth. Und zwar wollen wir uns heute hier die Aschauer Klamm anschauen. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach nicht. Ich bin Carsten in Schneider. Ich bin Carsten in Schneider. Ich bin Carsten in Schneider. Ja. Das war's. Ich bin Carsten aus Spelt. Das ist ja auch nicht 삼m. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Langsam aus der Aschauer-Kramme heraus und jetzt gehen wir dann langsam durch den Wald wieder zurück. Ich meine, dass es in den Alpen üblich ist, dass man durch den Tunnel muss. Das wusste ich ja schon. Aber hier gibt es extra einen Tunnel für Wanderer. Das ist ja auch klasse. Ja, hier geht es dann runter. So, noch ein paar hundert Meter. Dann sind wir am Auto zurück. Das ist echt eine tolle Tour. Also hinten geht es durch die Klammen und zurück. Dann durch den Wald. Macht schon echt Spaß. Also, wie gesagt, wenn ihr mal in der Gegend seid, Aschauer-Klammen, die kann man wohl gehen. Kostet auch nichts. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.